Dieses Jahr gibt es zwei Möglichkeiten mit uns eure Weihnachtsfeier zu feiern. Und zwar stehe ich jetzt gerade in der ersten Location in unserem Restaurant. Hier könnt ihr mit bis zu 48 Personen mit uns feiern. Oder hier im Logenhaus mit bis zu 120 Personen. Hier in diesem angrenzenden Raum könnte perfekt euer italienisches Buffet stehen. Wir können es individuell nach euren Wünschen gestalten. Mit Pizza, mit Pasta, mit Fisch und Fleisch, so wie ihr euch das wünscht. Außerdem ist es die perfekte Location zum Feiern. Entweder ihr bringt euren eigenen Pianisten mit oder DJ, weil hier könnt ihr einfach richtig laut sein bis 2, 3 Uhr. Gar kein Problem. Dieser dazugehörende Garten, den könnt ihr perfekt nutzen für den Empfang oder natürlich für die Raucher oder zum Grillen. Aber auf jeden Fall gehört er dazu. Klick jetzt auf den Link und wir schicken dir dann ein individuelles Angebot.